16.06. Passu, Tremalzo. Wir sind im Abstieg. Susanne verschwunden. Das war einer im Gegenverkehr. Noch einer. Die einzigen Glücksmomente. Eigentlich null. Ich kenn den ganzen. 40 Kilometer. Nur Aufstieg. Meine Wegbegleiter. Wie gesagt, 15.000 fliegen. Hier. Überall. Das einzig Schöne. Ein schönes Panama. Sollte jemand diese Aufnahmen finden, postet sie in alle Welt. Auf Instagram. Alles werden wissen, was das von der Scheiße ist. Tschüss.